Hallo, moin moin und willkommen YouTube. Hey, grüß euch. So, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Und ja, mal gucken, was hier heute so passiert. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ich bin gerade dabei, ein bisschen einen Magierturm zu bauen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie es werden soll. Ich bin noch ein bisschen in der Erfindungsphase, aber es wird sich zeigen. Dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Alles klar, bei euch. Ach ja, ich habe den Shader ausgestammelt. Ich weiß nicht, warum es so aussieht, wie es aussieht. Was hast du so geplant heute? Mein Magierturm. Magierturm? Ja. Ich will endlich mal meinen Zaubertisch haben und ich dachte, ich mache dafür eine Magierturm. Das ist, das ist gut. Da steht etwas, alles wird in irgendeinem Raum. Mhm. Danke. Oh. Upsi. Hat sie nicht gesagt. Also in unserem Raum sieht es natürlich gut aus, aber besser ist. Wir haben uns einfach ignoriert. Ja. Hallo. Hallo. Ah, wie war es, hat ihr mit dem Haus? Bin ich dabei. Hat ihr mein Schild gesehen? Ja. 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 War so froh, dass nichts kaputt gegangen ist. Wie gesagt, also die Fahnen funktionieren ja da noch. Ja, cool. Das habe ich letztens auch noch schon getestet. Ja, die hätten wir fast kaputt gemacht. Auch noch fast. Hihi. Hallo? Oh, da ist ja sogar jemand. Huch. Geh weg. Nein, ich bin ja auch gerade oben. Nicht, 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 nicht. Was machst du da schon wieder? Da stand schon wieder ein Creeper. Der war zündbereit. Hm. Also du kannst, davor kannst du, mit einem Block Abstand kannst du da ruhig stehen bleiben, selbst wenn ein Creeper runter ploppt. Ja, aber wenn das halt Zündung aktiviert hat, hatte ich Angst, dass das explodiert. Da, genau, so. Hello? Aber er hat nichts kaputt gemacht. Nee, ich glaube, in der Mitte nach unten ist ein Block kaputt. Kann das sein? Ein Trichter? Der hintere Trichter? Nee, der Trichter nicht, aber der Block. Aber ja, der liebt ja auch drinnen. Ich sehe was auf Englisch, äh, diese, äh, geschählten Holzgänger. Nein. Äh, die was? Äh, diese Holzdinger, wenn man die Rinde entfernt. Wie heißt das auf Englisch? Keine Ahnung, ich habe alles auf Deutsch. Ja, das ist bloß blöd. Ich habe das hier bei dem Tutorial auf Englisch. Achso. Ja. Äh, Stripped. Äh, das ist doch. Nein. Oder? Doch. Ja, ich habe gesehen. Ich habe... Ich habe dir die doch alle fertig gemacht. Als ob ich die da dann normal einfach reinpacken würde, so von wegen, mach selber noch. Ja. Ja, mach selber sie zu. Ich habe gedacht, das wären die richtigen Holzstämme, du Otto. Doch, nee. Da muss, was wir gebrauchen können. Nö. Ich bin auch gerade am Raussortieren, damit ich wieder Platz habe. In den Trichtern... Guck mal, hier in den Trichtern ist teilweise immer noch was drin, weil nichts nachkommen kann. Ich kann mir überlegen, noch mal tiefer eine Viererebene zu bauen mit vier... also mit zwei Doppelkisten und vier Trichtern. Ja. Damit man nachrutschen kann. Oder halt weiterleiten nach unten in ein automatisches Sortiersystem. Ja, ich habe ja gerade nichts zu tun. Hast du nicht gerade gesagt, du überlegst, was du... Ja, wir haben ja was gefunden. Also ich mache jetzt... Ich fange an zu sammeln. Wir wollen eine Scheune. Oh, danke. Wir wollen eine Scheune machen. Oder ich. Okay. Und da ist eine Drei-Seiten-Materialliste drin. Scheune für Tiere oder was? Unter anderem, ja. Nee, diese Falltüren hatten wir ja vergessen, ne? Ja. Och, Mann. Was heißt vergessen? Vergessen habe ich sie nicht. Du hast sie falsch gemacht. Ich habe nur Druckplatten gemacht. Oh, stimmt, ja. Aus Fichte brauchst du die, ne? Kann sein. Warum ich überhaupt hier bin? Ja. Ich müsste noch ein bisschen Netherquart sammeln. Ansatzweise ein bisschen. Ich würde fragen, ob ihr Lust auf ein Abenteuer habt und beide mitkommen möchtet. Äh? Äh? Ja. Ist ja so halb schon um die Ecke verkrimmt. Nein, alles gut. Ich gehe auch alleine. Nein. Ich kann ruhig mit. Ich muss mir nur vorher Rüstung machen. Mhm. Weil wenn, dann will ich schon gerne Rüstung haben. Ähm. Hast du irgendwie ein Goldrüstungsteil oder so? Sag mal, wie guckst du mich denn an? Ach so. Hihi. Ich habe eine Goldkrone. Nee, tut mir leid. Aber ich habe nur eine Diamantenhose. Boah, ich muss so viel noch. Ich brauche jetzt Quarz. Ich muss noch Dias sammeln. Ich muss noch... Jetzt hat er ein paar Dias und jetzt ist... Ne? Ich habe es geholt. Was? Was? Ich muss noch Dias holen. Ja, trotzdem Goldhose und... Ach, ach, Dias. Eine Dias habe ich. Ja. Und ein Diamantenschwert. Können wir schlafen gehen? Ähm, wir können gleich mal. Ach so. Wenn wir im Nether sind, nicht schlafen. Ach was. Bitte nicht. Betten explodieren im Nether. Eben. Das, das Ding... Ach, du hast ja Rüstung. Habe ich gehört. Schön, dass ich gerade Rüstung für zwei gemacht habe. Nee, ist super. Hä? Was denn? Na, Jenny hat Rüstung an und ich dachte aber... Ach so. Ich fahre schon mal... Ich fahre schon mal ins Bett. Ich liebe unsere Eisenbahn. Ja, die ist echt cool geworden. Die ist so cool. Ja, das muss aber auch nicht grün. Oh nice. So, schön brav die Lore zurückstellen. So. Hast du was Goldenes? Ich ja. Oh, ich hätte dir so noch was gegeben. Ich habe so 1, 2, 3 Gold tätig. Was? Das ist absur. Ähm, Fackeln habe ich. Ein paar Goldbarren. Falls wir einen zum Händler... Deinen zum Traden... Ach so, ich wollte ins Bett gehen. Ein Bett vielleicht? Ein Bett? Ich denke, wir dürfen da nicht schlafen. Nein, aber jetzt... Oh ja. Ah. Ich bin schon voll drin. Was ist das? Die weg, da ziehe ich die Dings an. Ich lasse das Eisen definitiv hier. So gerüstet mit. Eisen hier lassen? Ich lasse mein sowas von hier. Wenn ich die Sachen verliere, ne? Ich fange an zu heulen. Wirklich. Hey. Okay, ich lasse die Dialyspitzhacke auch hier. Wenn ich die Sachen, die ich bei habe, wenn ich die verliere, dann... dann weine ich ganz, ganz doll. Aber die normale Eisenspitzhacke nehme ich mit. Da habe ich noch ein paar. Alperkeit 3, Glück 2. Ja, die kann mit. Schaufen, keine Ahnung. Hast du Essen dabei? Äh, 34. Ja. Schild habe ich dabei. Gerüst habe ich mit. Gold zum Handeln. Fackeln. Pfeile. Bogen. Ich muss mir mal nachher einen verzauberten Bogen kaufen. Oh, Pfeile hätten was. Wie viele Leute hast du? 22. Oh, okay. Das ist zu wenig. Eisenachs. Das ist auch okay. Wir handeln nachher wieder. Machen wir keinen Stress hier. Ach so, äh, falls du Fichte brauchst, ne? Für die, für die, für die Pfeiltüren, ähm, in einer Kiste bei uns liegen, äh, noch, äh, Fichten-Setzlinge. So, hast du X-Bogen. Aber, Schwert nehme ich Diamantenschwert mit, oder? Unkraft 3, Halbbarkeit 3. Ich hab halt keins. Und verteidigt du dich dann? Mit Meisenschwert. Ach so, so, so meinst du das, ja. Was verzaubert ist. Was ganz schön verzaubert ist. Ich liebe es. Schwert, das sind ja nur zwei Diab. Oh, gehoben. Ohne Scheiß, weißt du, ich hab 25 Diamanten in der Kiste. Ich trau mich nicht daran zu gehen. Und er ballert einfach raus. Ich hab nur noch 21. Genau, Gold zum Traden. Ja, also, ich wäre eigentlich so weit. Okay. Ähm. Zu dir zurück oder im Dorf? Ist ja eigentlich egal, die Portale sind nebeneinander. Stimmt, dann komm ich zu dir. Also nicht, dass ich einen Grund suche, mit der Bahn zu fahren. Nein. Du doch nicht. Nimm gleich ein Schild mit, damit können wir es vorbeschriften. Das ist ne gute Idee. Wenn ich eins hätte. Wenn ernst. Warte. Ich glaube, ein Stick und sechs Holzblöcke. Mhm, 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 mhm. Ach ja, euer Tor ist hier unten. Hm. Bum, 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 bum. Äh. Äh. Nee. Nein, überlegst du wohl an. Ich glaube, hier waren die Farmen. Ja, hier war die Farmen. Yes. Mist. Bei den Öfen. Bum, 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 mhm, mhm, mhm. Ich war jetzt schon ein paar Mal hier, aber ich verlaufe mich jedes Mal. Bum, 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 bum. Oh Gott, oh Gott. Toi, toi, toi. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. So, also hier habe ich eigentlich... Hey, bist du pissig? Nein, chill mal die Base. Ich habe mich auch gerade ein bisschen erschrocken, ja. Da ist mal ein bisschen Quarz. Nein, hier ist kein Quarz, das ist Gold, na gut. Stimmt, hier habe ich da gelassen, hier war ich schon. Wo bist du hin? Ach da. Oh, da ist einer zum Handeln. Oh, Soul Speed. Oh, oh, oh. Oh, oh. Hä? Ja, du... Erst da hinten. Ah. Ach, der will mich angreifen. Gerade kurz Angst. Oh, oh, oh. Was, ich weiß nicht, Handeln, die Kleinen auch? Nein, keine Ahnung. Gib mir was Feines. Möchtest du noch ein? Tolles. Leder und Kies. Ist das dein Ernst? Schumpete, bitte, bitte, bitte. Was tolles. Klein Oxidian. Cool. Glaube ich. Äh, okay, so, wo bist du? Hör mich gerade an. Hallo. Guten Tag. Bist du Risco im Wald, oder? Nee. Oh Mann, aber die haben mich doch gar nicht gesehen. Was hast du denn gemacht? Hast du Gold geklaut, oder was? Na, ich hab halt mit dem schwarzen Stein extra zugebaut. Damit die das nicht sehen. Und ich habe auch gerade in den Untertiteln gelesen, dass die halt angry sind. Aber... Nicht auf mich, nee. Nö, wenn dann halt auf mich. Nö, ich hab's auf einmal... Ach, da bist du. Ob alle angry sind, das meine ich. Nö, nö. Oh. Das war was Lederndes. Äh, Eisenschuhe. 100, äh, Soulspeed. Ach. Ofer König. Weiß ich bin es nicht würdig. Ofer König. Kies. Alter, Kies kannst du behalten. Nee, das ist noch einer. War glaub ich cool. Nee, was ist das? Nether-Ziegel. Okay. Ja, die hab ich schon gerade bekommen. Nice. Basti wär eifersüchtig geworden. Ich hab Enderperlen bekommen. Oh. Oh, wichtig. Schwarzstein. Schwarzstein hab ich schon mal für irgendwas gehört. Aber Blackstone ist eigentlich ganz geil. Das ist hier, das... Das, was hier... Was ich hier hingebaut hab. Okay. Bitte nicht angreifen. Danke. Ich fäll kein Kies. Kies gibt's in Hülle und Fülle. Was soll ich damit? Feuerkugel? Ja, vorsichtig mit sein. Okay. Mach Peng, sagst du? Naja, ist halt quasi das, womit die Gas schießen. Ah, okay. Kommt, vier hab ich noch. Oh, 22 goldene Pfeile. Okay. Sind gleich durch. Ein Buch. Ein Buch. Wahrscheinlich so es geht. Ich hab ein Buch. So. Das war's. Hier, Trank der Feuerresistenz. Verzaubertes Buch. Serienläufer 3. Ja, glaub. 34. 34 Spektalfeile. Ach, das hab ich schon mal gesehen. Dann leuchten die. Wenn man anfällt. Ein... Eine Feuerkugel. Schwarzstein. Faden. Sein Ernst. 41 Kies. Die Sau gibt mir 41 Kies. Alter. Äh. Hallo. Chillt mal, Jungs. Ganz ruhig. So, okay. Äh, Quarz. Ich wollte eigentlich Quarz. Ja. Ähm. Bitte. Die Frage. Verteilt hier. Achso. Ah, hier. 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 Ah, ja. Bärm, 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 bärm. Um Glück 3 zu bekommen, muss man, glaube ich, zweimal Glück 2 miteinander kreuzen. Ja, genau. Genau, okay. Aber ich hatte ne Glück 2 und ne Glück 1 und da kam keine Glück 3. Ne. Bis mir dann einfiel, okay, vielleicht brauche ich 2 und 2, um daraus 3 zu machen. Yes. Äh. Äh, er wird mit ne Eisenspitzhacke gerade ne verzaubert. Das ist so gefährlich, den Nether abzubauen. Okay. Weil Netherwreck einfach so, äh, schnell damit abgebaut ist. Ich hatte, äh, meine andere, die er auch behutsam hat, die hat unwahrscheinlich Effizienz. Da gehe ich so durch hier mit Butter. Äh. Das ist echt heftig. Ja. Und wenn du nicht aufpasst, dann hast du auf einmal Lava vor dir oder irgendwas anderes. Naja, oder du fällst. Oder ich falle, ja. Das stimmt. So, hier ist ein bisschen. Äh, äh, äh. Geht's dick? Ich bitte dick. So. Hm. Oh, da oben. Nehme ich mit. Grün. Ne, das ist Gold. Schade. Boah, ich hasse es. Quarz und Gold, ne? Sieht das bei dir gleich aus? Ähnlich. Sagen wir es ähnlich. Also, wenn ich rangehe, erkenne ich den Unterschied. Aber vom Weiten könnte man meinen... Okay. Äh. Kies. Ach, Kies macht ja wieder nix. Hab ich nix normales mitgenommen? Boah, ich bin immer so schlecht. Kies bleibt nicht stecken. Willst du dich hochbauen? Ja. Ich wollte eigentlich gerne Lava wegmachen. Ja, warte, 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 warte. Oh, ganz viel. Oh. Runter auch. Oh, danke. Hallo. Ach, ich höre den Gas doch schon. Gefällt mir gar nicht. So. Okay, also ich sehe... Ich sehe noch nix. Boah, das fällt mir noch bestimmt da runter, ne? Wie war denn das? Gerüstig. Das ist noch relativ neu für mich. Okay, muss ich noch einen runter? Äh, was dann? Oh, jetzt habe ich was gehört. Ich höre den Gas die ganze Zeit. Ich habe auch eine Vermutung, wo der ist. Okay, irgendwas habe ich auch gerade gehört. Soll ich jetzt mal noch ein bisschen chillen? Okay, also bei mir kann er nicht sein. Ich bin komplett eingebaut. Ne, sehen tue ich ihn auch nicht. Ich habe nur halt irgendwas gehört gerade. Äh. Ja, hören tut man den ja ausgeführt drei Kilometer in Fianow. Okay. Schrecklich. So, das waren die. Kann das weg. Und dann geht es hier runter. So. Hier noch ein bisschen was. Was so geil. Quarz gibt immer so gute Erfahrungen, ne? Ja. Dup, dup. Dann wechseln wir kurz die... Ach, die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Die habe ich jetzt zu Hause gelassen. Oh, jetzt hätte ich es gebrauchen können, die andere Spitzhacke. Was ist das? Äh, Glowstone in behutsam abbauen. Ah. Also bislang war ja immer Glowstone mein Lieblingslicht. Muss sagen, so ein bisschen hat es, äh, dieses Pilz-Ding hat das ein bisschen abgelöst. Pilz-Ding? Äh, ähm, ähm, Mooshlamp oder wie das da heißt. Gibt auch so ein Pilz, leuchtende Pilz-Würfel. Wie so ein Maschermlamp. Genau, das sieht nämlich auch echt gut aus. Das stimmt. Müsstest du eigentlich, ich glaube, im grünen oder? Ah, ich sehe ihn. Oh Gott, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Äh, wie bist du denn? Da, wo ich vorhin... Oh mein Gott. ...quartz an der Decke abbauen wollte. Oh, ja. Oh. Oh. Da ging mir gerade so ein bisschen der Stift. Hast du etwas gefallen? Ich wäre fast in Lava gefallen. Oh Gott. Jetzt ist er wieder weg. So, das ist... ...quartz, das ist... Hi, hallo. Du lebst? Ja, ne? Du bist lieb, ne? Gut. Ja. Ja, der muss hier in Richtung Westen irgendwo sein. Also bei mir. Ach du, das läuft. Ränder, die sollen mir vorbei. Attacke. Ach, das ist Gold. Scheiße. Achso, ich dachte, das wusste ich doch. Ähm... Doppel-W übrigens ist auch Rennen, ne? Weil wir letztens ja überlegt hatten. Ja. Weißt du, was mich ein bisschen nervt? Na? Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Schraubst mich doch nicht runter. Äh, 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 äh. Ja, du hast ein bisschen das Gefühl? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Caves und Cliffs... ...auch auf den Nether greift. Ich bin zwar der Meinung, dass gesagt wurde nein. Okay. Aber wenn ich mir das alles so angucke... Ist schon hart, ne? Wie das hier runter geht. Also ich... Ich finde, der Nether ist ganz schlimm geworden. Super, wenn man eh voll Angst hat. Ja. So. So. Dafür liebe ich das Gerüst, ne? Ah, das Gerüst ist super. Halt auch. Schnell aufgebaut, schnell abgebaut. Ja. Man hört nur die jetzt... Äh, Erfahrungspunkte. Kling, 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 kling. Hm. 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 Hm.